So, herzlich willkommen zu den Hitman-Zielen. Nach der Fiedel-Katastrophe machen wir die, äh, Domali-Faszination Stufe 1. Ich mach immer nur irgendwie nur Stufe 1, um mal so reinzuschauen und ich glaub, wie gesagt, nicht, dass ich die Dinger mehrmals machen werde. Also, ja. Äh, Planung. Wie wär's mal wieder mit nem Scharfschützengewehr, nicht Kellertreppe. Ich hätte es gerne wieder in meinem Lieblingshäuschen. Und dann machen wir mit nem Scharfschützengewehr rein, so Einsatzziele. Äh, Methode Säbel. Dann wäre es vielleicht ratsam, wenn wir uns da... Äh, kacke. Okay, wir müssen uns ein Säbel organisieren. Das wird natürlich... Lustig. Gut. Säbel. Wir brauchen ein... Wo gibt es Säbel? Ich erinnere mich an kein einziges verkacktes Säbel in diesem Spiel. Und selbst wenn, wo könnten die sein? Wobei, warte mal, da bei diesen ganzen Vitrinen könnten Säbel sein. Sag mal, wieso sollte man ihn mit nem Säbel... Äh... Gibt's da irgendwie ne Einsatzbeschreibung für, außer töte ich mit nem Säbel? Oder töte halt irgendjemanden? Gibt's da irgendwie mit nem Säbeln? Nein, nicht. Das ist grad so, äh... So ne Frage. Und dann... Ähm... Informationen, genau, das suche ich doch. Keine Informationen gesammelt. Säbeln, nein, Einsatzziele. Für dieses Ziel sind keine Informationen verfügbar. Säbel... Okay. Okay. Oder organisieren wir uns einen Säbel? Kein Teamer. Guten Tag, tschüss. Guten Tag, tschüss. Guten Tag, tschüss. Wieso steht das Auto auf dem Behindertenparkplatz? Quer! Wieso steht das Auto auf dem Behindertenparkplatz? Wieso bist du überhaupt hierher gekommen? Ich denke mal, hier sind die Fresse kloppen, die sind auch alle aggro. Lassen wir das besser. Das kommt nicht so gut. Das könnte zu, ähm... ungebetenen Gästen führen. Oh. Hör mal, alle anrempeln. Geh mir auf dem Weg. Pussy. Oder so. Ja, schade. Ich wollte nicht mit dem Schadenschutzengwerb machen. Muss ich ein scheiß Säbel organisieren. Es ist, äh... Nicht da hoch? Scheiß! Ja, ich bin einやppet. Ich bin ein jappet. Oh, ich bin ein. Los, ich bin ein paar. Was. Boop. Huh? Whatever. Das ist komplett normal, was ich hier mache. So. Ich will meine Münze wieder haben. Die war teuer. So, gut. Ich brauche ein Säbel. Dann organisieren wir doch einfach ein Säbel. Hier war ich noch nie. Dieser Sackratte kennt uns natürlich. Wäre ja auch sonst... Doch, ein Benchmark war ich hier schonmal. Haha. So. 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 Ich schweden Sie das. So. 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 Boah, knarzer wie so'n altes Boot. Ich checke die Ladung. Oder so. Nein? Schade. So. Ist das hier direkt mit den Vitrinen? Ach, das ist die Gadrebe. Ups, der kennt uns. Objekt verbergen. Papierkopf. Papierkopf verbergen. Oder was ist mit dem da? Kleider. Stylist. Nope. So. Wenn Frau Malewa ihr auch getrunken würdet, würdest du denken, dass du die Gäste genauer wirst? Wir machen es wie ein Abfall. Ja, bitte. Diese Tanten sich immer beschwenden, dass sie aussieht wie ein Unfall, ne? Eine Münze. Ich glaube, ich habe vier davon. Das ist ein wirklich sehr schönes Modell. Oder auch nicht. Bin ich hundertprozentig sicher. Oh man, diese ganzen Kunstgegenstände. Ähm... Keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Wo waren das? Ich bin... verwirrt. Wo diese ganzen Teile waren. Hello? Nein, hier haben wir schon mal Massaker angeregt. Hier war ich schon mal. Wo Sie sich darum anbringen? Ich bin mirALLS. Entschuldigung. Hey, ich kann rein euern... Okay, ich gehe nochmal... Hat mich schon mal in danach gekommen, da habe ich irgendeine Stelle gut gemacht. Ich frage mich an uns aus. Ah, kidds kennt ham her... Der Typ kennt uns. Ich mache mir mehr bisschen Blatt hier rum. Ah, da war das. Weg da. Das sind irgendwelche Kunstwerke. Wo soll sonst... Oh da, Säbel. Das hat keiner mitbekommen? Okay. Da ist der Typ. Aber ich kann das Säbel nicht verstecken. Die beiden. Einer hat sich mit der Album geknutscht. Wir warten einfach ein bisschen und dann ruckst ich ihn einfach ab. Oh, bang. Are you drinking again? Just that such poopy. It's not just Haute Couture. It's Haute Couture that's been worn by Medicine Lang. It's touched her skin. It is blessed. Oh no. You need to get some help. Because you are insane. Uh... 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 Uh! Oh no... Oh no! Oh my god, nobodyijs!! Oh noo! Uuuu! Uh... Das geht natürlich wieder rein, ey. Das ist jetzt noch nicht irgendwie misstrauisch, dass der mit dem Säbel, der ihm herrennt. Also ich wäre schon langsam ein bisschen nervös, also nur mal so. Jetzt genau, wo ich was trinken will, bewegt er sich natürlich, aha, jetzt geht er wieder da hin, wenn du nicht so wieder telefonieren gehst. Wir müssen mit dem Bossmann über diese Uniformen sprechen. Dieses Polyester in meine... Oh, Mann! Oh, Mann! Oh! Niii-nii-nii-nii-nii-nii-nii-nii-nii-nii-nii. Guten Tag. Ja gut. Der Typ steigt den Hubschrauber ein und kein interessiert. Easy. Hä? Die dürfen hier nicht hin. Und er steckt da von anderen Sehen Ruhe ein. hat Zeit da einzusteigen und dem Ding loszufügen und keiner holt ihn da raus Nenenenenenenenen Das wäre ja zu einfach Ja gut es war die äh Irgendwas Amadol die Faszination oder so Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs dabei sein bis zum Nächsten Ziel ist die dauern echt nicht so lange So ungefähr eine Folge pro Ziel kriegt man damit Das ist doch Hm ich kann Patient Zero spielen sehe ich gerade Wäre interessant aber gerade nicht Ja gut vielen Dank fürs dabei sein fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Tschüss